wir spielen uns schon länger um 39 weil ich weiß noch damals wenn du bo2 gespielt hast aber aber da warten noch dings es schwimmt sind die ja aber wird nur sein internet team deathmatch die missionszeit läuft lasst den hammer kreisen meines in tankstelle hier sind an der spitze er hätte es vorhin sehen müssen er lässt die fünf kills sind einander fünf kills sind einander ja direkt anfangs die haben so geholfen dass der eine bit spieler eben wort angemacht hat also vorlegen so echt jetzt ja die sind leider keiner gegner stark wenn die spawn wechsel machen ja ja oh mein gott scheinlich alter ja ja eh willst du nicht verarschen oder In der Tankstelle drin schnitt einer. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ja, ist klar. Perfekt, danke. So geil. Wann hast du Nationalität gewechselt? Welche? Ich bin jetzt mit der BAMP, ich bin Franzose. Hm? Ich bin Franzose mit BAMP. Ja, mit Messerspielen aber. Jetzt mal ehrlich, wo sind die Gegner? Oh, nehmt hier war irgendwo einer, gell? Rechts von dem ist das gewesen. Ernsthaft? Ich bin gestorben. Cheeeeee! Alle mitgenommen. Leichte Kills. Tomato, ich will Aufnahme. Oha, alle. Nimmst du die ganze Zeit schon alle mit oder was? Braucht man nicht? Haha. Nein. Okay, Spawn weg, Solo da? Ja. Ja, nicht. Deine Fresse. All money. Ja, wahrscheinlich. Ich... Ey, diese ganze Explosion nervenvoll, wenn du snipern willst, Alter. Oh man. Voll geil, gell? Äh, wieder Spawnwechsel? Ja. Ja. Wahrscheinlich, Alter, du Hurensohn. Alter, ich seh nur, wie Cindy auf einmal gegenüber spawnen. Und auf einmal zehn Männer gegen mich kommen. Bang bang, oder was? Ich schwöre, Alter. Ich fühl's dich an, ich kann nicht mehr laufen. Lote Arbeit, Team. Alle Missionsziele wurden erfüllt. 41, 40. Ach. Hä? Hier repräsentiert die Firma. Er ist ganz weg. Sauber Arbeit, schnelle Arbeit. Wurz. Spiel. Ah. Zeug ich schon raus. Zeug ich schon raus. Zeug ich. Ich steh nicht wie Tröpfel. Wir liegen in Führung. Hab ihn. Einer weniger. Ja, wahrscheinlich, du kleine Huls. Boah, Alter. Wurz. Ach. Aber ey, warum laufen die mir geduckt, Alter? Wollt ihr Blasen, sag mal einfach. Ich pack ihn raus. ja wahrscheinlich wo ist er es funktioniert Wir sind vorbeigezogen. The fuck. Wir verlieren den Vorteil. Wir sind an der Spitze. Sintex! Näherungsmine eingesetzt. Das funktioniert nicht. Wir gehen zurück. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Wir liegen in Führung. Schatz hinter dir. Ja, ich sehe es. A-B. Absolut überzeugend. Bomben, wahrscheinlich noch eine. Ja. Okay. Feindliche Spionageflugzeug. Feindliche Spionageflugzeug. Ja, wahrscheinlich. sprüch. Prüch. Ja. Nein, geht rein! Sorry, das schmeckt, oder? Was ist das? Das war's. 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 so ist das die neue die du gespielt hast, Bruno? das wird der neue sein die neue habe ich noch nicht mache ich erst mal die andere rauf welche war denn das, die du gerade gespielt hast? Bellington ach, die letzte nein, die erste ja, natürlich ja, natürlich ja, natürlich ja, natürlich ich ging mal auf Bier rufen ich bin ein Anflug Granate geworfen G er ... o du bist alter er 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 Prozent 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 also ich finde er hat geht eigentlich noch meine frisse er sitzt da drinnen schoss katholik und neu von einer reine aus der ganzen gab es überlebt vor allem ganz ehrlich das war wohl mit dann noch ein betrunken oder es hat können wort er sich alle hier bis kopien Hab ihn! Jetzt kommt's drauf an! Wir erobern Alpha! Wüsste er gar keine mehr sein! Feinfeind sich frisch! Eliminiert ihn! Gleichermaßen gleichermaßen auf! Pistig du Lappen, Alder! Bumm! Ihr macht Kuba stolz! Der ging noch nicht so klein! Der ist schon ein kleines Gehen der gerade spüren! Der ist schon ein kleiner Milch-Bobi! Der ist schon ein kleiner Milch-Bobi! Lassen! Der ist schon ein kleiner Milch! Ich wusste das! Bei B! Der ist schon ein kleiner Milch! Ich warte um sie zu schießen! Der ist schon ein kleiner Milch-Bihe! Er funktioniert sie mit! ich muss nachladen jetzt holt mir meine Goldfarbe raus jetzt stich mit Gold jetzt wollen wir mal sehen wir verteidigen bravo wir kämpfen um A wir kämpfen um A wir kämpfen um bravo wir kämpfen um bravo sie haben bald kein Leben mehr Pfeil hat kein Leben wir verlieren Alpha wir verteidigen bravo ach komm schon noch 3 kills seitliche Spionage Flugzeug über euch in Position einer der drinnen nur noch 2 der ist oben drinnen alle Missionsziele gesichert zurück zur Basis nice big big love bye Leute wir lieben